Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Livonia Yeah, zu zweit Ja, das Dorf, die Stadt Gibbon, glaube ich hieß das Habe ich jetzt komplett schon mal gelootet, wir gehen trotzdem mal da hinten hin, in das Genau Krankenhäuschen Krankenstadt, nee Wie habe ich das immer genannt? Medizenter Oh Wow, guck mal Nee In die Richtung hat es geknallt Ich knall dich gleich In diese Richtung Schlecht Also schon schlecht Von ein bisschen weiter weg, wenn du auf das Medi-Medi-Kart Schild guckst Von weiter weg und hin und her gehst Deine Jacke ist kaputt Dann flackert das übelst hin und her So jetzt, nee, das ist Ah, der trinkt schon wieder Alkohol während des Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Ich muss aufs Klo kotzen Warte, was? Warte, was? Jetzt hast du dich aber nicht versprochen Nein, habe ich nicht Darum sage ich es ja Der will schon wieder getasert werden Der Bengel Lädt ihr die Updates jetzt noch runter? Er macht es immer noch, ne? Wie kann ich das pausieren? Mods Über Steam oder wo lädt das runter? Über den Launcher Ich weiß nicht, ob du einfach den Launcher schließen kannst Ja, nee, ich muss das Spiel verlassen Um die Mods zuzugreifen Ja, lass das Dann lass Noch geht's, ja Wenn's irgendwie dann haken sollte Oder ich dich komisch hören sollte Oder irgendwas Naja, du springst ja bei mir ab und zu rum Achso Du hängst bei mir ab und zu Dolle, oder? Immer so, dass du einen Meter vorspringst So circa Ah, okay Dann fahr lieber ich Auto Ja Oder, oder, oder LKW Aber bitte nicht wieder irgendwo gegenfahren So wie letztes Mal, ja Auto kaputt machen wieder Sinnlos Oh scheiße Ich hoffe, das funktioniert wieder jetzt richtig hier Was sagen die Reifen? Guck mal kurz nach den Reifen hier Aber wie gesagt Mit dem Support habe ich geschrieben Die haben gesagt Jetzt funktioniert alles gut Alles makellos Oh verdammt Okay, das Video musste ich jetzt mal Bisschen schneiden Weil Ich hatte mal ganz was gesehen Das ist ein Map Hat er die Hex aktiviert Na, Leute Das ist ein Standard Ne? Hä? Die wohnen ja So, wir sind hier oben bei Ghiblin Ghiblin, Ghiblin, Ghiblin Da Das ist die Knick Grabben Wir sind in Grabben Wir müssten ja eigentlich Hier sein 10, 8 Hier Hier ist der Barone Genau Wir müssten ja da in die Richtung stehen Wo wollten wir hin? Wollten wir nicht zurück? Wir fahren einfach mal die nächste links Genau, die nächste fahren wir erstmal links Vierter Gang, los Der Gang geht nicht rein Achso, übrigens kein One-Shot Oder One-Schlag Mit der Basie Nicht, ne? Ne, drei Ich hab Ich hab Ja, und da hab ich mir auch so gedacht Ja, gut, okay Wir stehen bei mir relativ häufig Ja, ja, ja Nein, nein, nein Ich versuche zu bremsen Oh Gott, hab ich mir schrocken Schommi Äh Warte, jetzt muss ich grad mal kurz gucken Ah, genau Hier schon rum Zieh Zieh, Andy Zieh Wer ist Andy? Warte mal Chip, 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 chip Und chip Chip und das Chips Davon hieß keiner Andy Wie kommst du da drauf? Äh Typisch Andy? Ente Oh Gott, okay Man spawnt noch Das wird mir momentan Dauerzustand Ich hab in der Geflocke wie eine Pelikan Durch die Wand Die Wand Wie, was jetzt? Nein, 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 nein Achso, oh Gott Ich mein, das ist jetzt nur so Donnergewitter in der Hose, ey Ein richtiges Donner, ey Witter in der Hose Zweiter Gang Ja, ja, der fein gemacht Dauert nur dreieinhalb Stunden Wow Guck dir mal die Trampelfahrt hier links an Ey, boah Wollen wir den mal wandern? Ne, so viel Zeit haben wir jetzt nicht Nein, nein Ist das jetzt hier lang richtig? Brems, bleib stehen Äh Öberfährst rückwärts So Hände Wenn wir jetzt rechts fahren Ist das, ist das, ist das richtig? Tarnow Nein, wir fahren mal geradeaus Äh Oh Gott, stimmt ja Warum hat er keine vier rückwärtsgänge? Hat er doch vorwärts Okay, dritter Gang kann man hier doch langfahren Die wollen auf diese kaputten LKWs auch Kisten draufpacken, ne Ich weiß nicht, ob es mit dem Update war oder mit dem nächsten Da sollen dann halt so auch Also hier so, ja Munitionskisten und sowas Drauf spawnen Wäre ja gar nicht so verkehrt Ja Und eigentlich auch realistisch Weil das sind ja Truppentransporter Ja, und so eine Holzkisten könnten da im Grunde auch drauf sein Die man vielleicht auch finden könnte Die hier an LKW rankommen können Von mir ist auch genau die Ja, die, die man bauen kann, meine ich jetzt so Richtig, genau, genau Die hier halt an den LKW, genau Achso, meinst du das, ja Könnte von mir aus auch so selten machen wie ein Helikopter spawnen Obwohl es auf der Karte recht häufig ist Also schneller geht's nicht Da kannst du sagen, was du willst Mach schon Hackegas Ich hab schon Stein draufgelegt und bin nach hinten gegangen Warte, was? Wer lenkt denn? Karl der Gustav Karl der Gustav repariert Er tauscht wieder aus Die Reifen während der Fahrt Er fängt natürlich erst mit allen Abbauen an Und danach erst wieder alle dran bauen Alter, das funkt für eine kurze, naja, lange Zeit Für eine kurze, lange Zeit, da haben sie recht, ja Vier E-Fahr Alter, spawn spawn Eigentlich bist du meine ganze OEGA-Auto mal eine halbmige Reife Naja, ich will ja hier eh looten Jetzt bleibt ernsthaft der LKW an Ist das jetzt euer Ernst? Können Sie bitte den LKW ausmachen, Sir? Ah ne, du konntest das machen, nur die Autos Alter, geh auf Geh öppen da Du Lippen T-Shirt Schuhe Schuhe-Shirt Uno Weapon Was sind da für eine Munition? Egal, nehme ich so oder so mit Ein Jürtel Der Jürtel Das ist der Jürtel, die Jürtel Wow Ne, ist nicht der Jürtel Die, die olle Mörder Oh, wo war denn das? Äh, die maulende Mörder Von Harry Potter Wow Dieser Geist auf dem Klosett Drückoschen Ah Da ist er besonders gern durchgeschwommen Durch das Drückerchen Da hab ich sie so nölengewehr Hallo Ich hab ein Zelt Oh Du darfst mitnehmen Ja Ja gut, wir können eh permanent sprinten Gott sei Dank Ach ja Ship, 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 ship Deadlift des Lichts Das ist der Second, äh Ähm Äh Zelt Tent Tent Jetzt hab ich's Fabtent Ja, da muss ich immer dran denken Ach da Ey, es ist wirklich manchmal so Wenn ich überlege Wie heißt Zelt jetzt nochmal auf Englisch Dann denk ich wirklich an diese Scheiße, ne? An Fabtent Ja, an diese Scheiß Fabtent Kennst du das nicht mehr? Was ist ein Fabtent? Wow Ne Ne, ne Du vergisst nix Das vergisst hast Ne Tja, hab ich mir von euch angewöhnt Tut mir leid Das hab ich mal gesagt, wa? Das Bild hast du uns sogar geschickt, ja Hehe Dreckige Fabtent, Alter Kleine Hütchen dafür Dein Schild Alter Ach, die Scheiße Wow Alter Alter Ey, das war aber auch Wofür man das immer benutzen kann, ey, Alter Im Bus Im Zug Draußen Wenn man seine Familie besucht Alter, das ist so krank Geil Ich wurde direkt im Bus angeschrien Ich wurde direkt im Bus angeschrien Können Sie das bitte draus machen, Sir Moment Okay, ich hol den raus, Moment Nicht Hilfe Das ist doch der Schutz Lass ihn drüber Alter, hat er mich allein gelassen? Hat er mich allein gelassen? Ich dachte, du wärst schon hochgelaufen Nö, da unten geht's ja weiter Aber Jetzt bin ich Höch Du machst die rechte Seite wieder, ne? Ja, aber ich muss gerade Waffe nachladen Wenn du willst, kannst du kurz hin und her springen Cowboyhut Nee, nee Cowboyhut Yeah Yeah Boy Er hat ein Boy gesagt Boyhut Achso, Cowgirlhut Achso, jemand hat unten in die Kommentare Ich weiß gar nicht, in welchem Video reingeschrieben Einfach alles essen, was ihr findet Da braucht ihr kein Essen mitnehmen Also, klar, eine Dose und einmal trinken auf jeden Fall Da hat er gar nicht mal so Unrecht Seitdem ich alles, was ich finde Ui Essig, sobald mir der Magen hier umgedreht ist, weil ich zu viel gegessen hab Nehme ich einfach hier eine Kohletablette und dann ist wieder alles gut Gut, ich hab jetzt momentan immer noch ganz schön was dabei an Essen und Trinken Also, ich werde wahrscheinlich ab demnächst wirklich nur noch einmal essen und zweimal trinken mitnehmen Und einmal halt die große Feldflasche Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch demnächst machen Weil er hat Recht, einfach alles fressen und trinken, was man findet, fertig Schon bist du eigentlich immer sehr gut dabei Und wenn du mal Eigentlich ja Aber wenn ich immer so an ganz Anfang denke Wo man erst anfängt und wo man nie was findet Wo man ständig wegen Hunger und Durst verreckt Ja, das stimmt Darum, das ist halt immer Obwohl man jetzt eigentlich keine Sorgen mehr hat Weil jetzt findet man es komischerweise Trotz, sobald man irgendwie eine kleine Base oder sowas hat Dann geht es los, dass du alles normal findest Ja Aber sobald es am Anfang brauchst, findest du es nicht Das stimmt Obwohl du da noch viel eher durch alles durchläufst Um alles zu durchsuchen, richtig Oh, ich hab gerade überlegt Ich will doch noch ein drittes Magazin für die Pistole haben, ja Was ist? Hier liegt die Pistole Daneben Geil So muss das, hä? Er nimmt es nicht Ach, ja, ja, du warst auch gerade ganz kurz geleckt, sag ich mal Na gut, die Pistole lass ich mal hier Nice, dann kann ich das auch noch voll machen Ah, du hörst mich, ja? Ja, ja, ich hör dich Okay Ich hab dich nur ignoriert, das Das ist sehr gut Das ist normal, wenn ich so an dich denke Ah, was bist du denn hier? Warte, was? Ich bin da Nicht schlecht Fühl ich jetzt nicht so Hier, zum Beispiel Aufschnitt Direkt üppen machen und direkt weg snacken Okay, gut Aber das ist der jute Leberwurst-Aufschnitt Warte mal Aufschnitt, nein Aufschnitt ist ja gar keine Leberwurst-Aufschnitt Das ist ja Scheibenwurst Aber Aufschnitt gibt's auch Das ist ja eigentlich schon Das ist ja, wollte ich gerade sagen Eine kleine Mahlzeit für eine Person Rind, Rinder, Rinder, Rinder Äh, wie heißt das? Äh, Motta, Matt, 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 Matt Nee, wie heißt das? Kinder Kinder aufstrichen Riegel Warte, was? Zombie, Alter Headshot, Babywolf Oh, er hat sogar Wow, er hat Nee, doch nicht meine Munition Heb das auf Die findet man jetzt leider Gottes ziemlich selten Meine Muni, ja Ja Naja, unsere Achso Du hast ja Ja, gut Äh, ich hab ja für die Mosin immer meistens die Muni Ach, du meinst die LLR-Muni wahrscheinlich Genau Die ist fast immer leer Warte, was? Öcken Oh, geil Morphin Dann bricht man sich hier schon mal ein Knochen, Alter Scheune Okay, hast du gerade geschossen? Naja Okay, es ist gerade angehört, als ob hier jemand gegen So ganz sacht hier mit so so Stoffschuhen gegen eine Dings getreten hat Gegen eine Also nicht mit Geschwindigkeit, ja Nö Jemanden durchs Gesicht gefasst Sachte, 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 sagt Klatsch Sachte, vorsichtig, vorsichtig Ich kann hier mal mit Geschwindigkeit durchs Gesicht fassen Buh-dum-boh-boh-boh Buh-dum-boh 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 Okay Oh, jetzt juckt mir den Arm Punkt Oh, cool Ich mach das Schwesternhaus jetzt hier Hast du es gehört? Das war aber das Bruderhaus Du hast die Brüder gekillt Ja, hab ich gehört Das war aber not too loud, C Das war not too loud, ja Ja, C2 Könnten Sie sich bitte aus 3 3 meine ich 12 Ich fühle, er meint 12 Leider gibt's hier keinen Taser Oh, bei GTA 5 gibt's jetzt einen Taser Gibt's den jetzt endlich? Ja, stimmt Im Singleplayer gab's ja schon ewig Ja gut, Singleplayer Ja Oh, geil Gasmaskenfilter Ja, so muss das sein Hab ich ja nie gespielt, wirklich Immer nur den Anfang ganz bisschen Na gut, auf Playse da Auf Playse? Ja, auf Playse hatte ich das angefangen gehabt Aber den Speicherstand hat er nicht übernommen gehabt Achso Oder konnte ich, glaub ich, nicht über Ah, nee, 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 stimmt Das war ein bisschen doof Und da hatte ich da keinen Nerv mehr drauf gehabt Ja, ich hab's auch nicht nochmal durchgespielt Ich war grad mal bis dahin, glaub ich Wo man den Nester nachher freischaltet hat Und da hab ich ein paar Missionen noch mit ihm gemacht Dann glaub ich mir gleich mehr gemacht Nee, ich war komplett fertig Ja, wär ich auch eigentlich gerne gewesen Aber das braucht ja sowieso länger, das Spiel Bis man das mal durch hat GTA Das einzige GTA, was ich durchgespielt hatte Äh San Andreas Warte Äh, na, leider auch nicht Oh Obwohl ich das damals ja wirklich übel gesuchtet habe, Alter Aber ich hab's halt immer so gespielt Halt Ja, Missionen hab ich auch häufig gemacht, ja Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bis zur dritten Stadt gekommen bin mit der Mission Ich glaub ich war immer noch irgendwo mittendrin in der zweiten oder so Hm Ja, vielleicht halt ich's ungefähr zur Hälfte durch Boah, San Andreas kann ich dir echt gar nicht sagen Weil das würde ich zu gern eigentlich nochmal durchspielen wollen Wenn's davon irgendwann mal ein Remake gibt oder so Von geht das San Andreas? Ja, gab's doch jetzt irgendwie ja Ja, ja Aber war das nicht nur für irgendwas Bestimmtes? Nö War das wohl für PC? Fürs ganze Spiel Jaja, jaja Hä, warte mal Das ist doch unsere Stadt, ne? Also von meiner Seite aus weiß ich's grad nicht Weil ich seh grad nix ausartig bekanntes Weil, wenn, dann müsste ich diese Hauptstraße sehen Wow, na, ja Na, das ist unsere Stadt Wow Nee, warte mal, Quatsch Ist ja Livone Ich hab Gedacht Nee, das ist hier unsere Stadt Okay, wir können zum Auto zurück Oder zum LKW Okay Muss ich gucken, wo lang Ach du Scheiße Wow, da steht er Achso, ah, aber kein Unbegriff Oh, ist das geil Dann würde ich sogar umdrehen Ich drehe schon mal um Das dauert ja eh 24 Stunden Hm Äh, ich wollte das Magazin voll machen Und nicht leer Oh, das kann ich auch gleich machen Geil Ich hab's zu sehen, wie er er flogen ist Wie ein junger Elb Oh, ich kann nicht mehr laufen Ich muss noch mal gehen Oh, das ist Oh, nee Oh, nee Oh, nee Schlaf Wie war Du schlaf Warte, warte, was Ich hab's extra vorsichtig Sachte gesagt Aber sind wir immer weiter Kleiner Okay, dann fahren wir dann tatsächlich doch die nächste links Dann fahren wir hoch hier mal Also ich glaube, die Karte haben wir schon komplett Dann willst du den Motor auch anmachen Alles klärchen, mein Bärchen Waaah Kann ich auch Wie wär's, wenn wir mal hier auf Livonia richtig jagen gehen Das haben wir noch, glaub ich Naja gut, außer mit den Bären versuchen Aber mal so richtig auf Jagd gehen Ja, gut, aber trotzdem Bär Hat was nicht nebenbei, nachdem wir den Bär gejagt hatten Na klar, können wir immer noch mal machen Aber ich glaube Nachdem wir denn da keine Chance hatten Hat man doch da, glaub ich, ein bisschen was gefunden Ja Ich weiß es aber nicht mehr genau Ich leider auch Vielleicht vertauscht ich das jetzt auch mit den anderen Jagen Äh, Jagd, Ten Dem anderen Server Kein Plan Oh Gott, da blinkt ja rot Scheiben, klasse Oh Gott Ich weiß natürlich nicht, wie lange das jetzt schon war Ich hoffe, das ist egal noch Oh, dass man nix hört Ich achte da auch noch gar nicht drauf Na gut, das ist ja nur wegen zu schnell fahren, ne Ja, aber ich weiß ja nicht Nicht, dass der Motor doch kaputt gehen kann oder so Weil er die ganze Zeit rot blinkt Das Feature kommt erst in zehn Jahren Mit dem Bus zusammen Natürlich Nein Also doch, 20 Der muss nur früher kommen Oh ja Oh Gott Ich will den endlich haben, Alter Den kleinen Bus, aber nicht den großen Ist mir egal Geil Ich will endlich neues Fahrzeug Ich will nicht Motorrad haben mit Beiwagen Fahrrad würde mir reichen Das wäre so geil Da mit den Bären suchen Äh, wow, geil Sollte ja eigentlich auch mal kommen, ja Sicher? Das war doch immer nur Mod, oder? Ich glaube, dass das hatte Ja, das sowieso Aber ich glaube Ich weiß nicht Ich glaube, das war auch irgendwie mein Plan Ich weiß es nicht Im zweiten Gang blinkt er übrigens ab 14 kmh oder 15 kmh Nicht schlecht Im zweiten Gang kommt mein Auto bis Tacho 100 Also keine Ahnung 96 Da ist er natürlich aber auch schon im Rassel-Modus Mhm Äh, wow, die Tore gingen gerade auf von dem Oder zu, halt eins vorbei Von der Scheune hier Auf Okay, eins auf Das andere zu scheinbar Gut Dann nochmal viel dann fürs Zuschauen ab Nimm mich, gib da noch rum Schreib den Kommentar, wie es dir gefallen hat Tschüss 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 Vielen Dank.